Komm her, ich geb dir schwach, du blöder Pisser. Ich hab von niemandem Angst. Immer noch nicht genug. Das ist praktisch. So. So. Wie machst du das jetzt hier? Nein. Ah doch, was? Weil wir brauchen da ja wieder so'n... ...so'n Splitter da, ne? Haben wir hier irgendwas nützliches? Nein. Uh. Uh. Bomben-Gewächs. Nehmen Sie sich die gläbrige Bombe und werfen Sie auf Objekte und vor allem bevor sie detoniert. Aha. Uh. Sehr schön, praktisch. Einmal Leben bitte. Boah, was war denn das jetzt? War das die Tür? Boah. Boah. Buah. Kommen wir da rüber? Ah, ja. Uh, uh, uh. Na, weiter. Na, komm weiter. Oh, das hätte ich fast vergessen. Das ist wieder eine neue Kiste. Große Lebensessenz. Ah, sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Und wieder raus hier. Ah, ich glaube, die müssen wir runterschmeißen. So fern uns. Oh, was ist das? Ah, das ist dieser Splitter, ne? Sehr schön. Nee, eine Karte. Enthüllt die komplette Karte des aktuellen Bereiches. Drücken Sie O. Aha. Was denn? Äh, eh. Oh, das ist der Karte. Oh, das ist der Karte. Oh, das ist der Karte. Ich komme erst mal hier weiter. Komm ich nicht drüber. Aber hier komme ich rein. Hallo. Okay. Und jetzt? Was? Da komme ich nicht drüber, auf die eigene Seite. Okay, aber wenn ich da jetzt rüberspringe, dann... Das schaffe ich nie. Nein. Schade. Gib her das Ding. Iiiiih, ist das hässlich. Das Ding grenzt auch noch. Okay. Naja, springen wir mal da runter, wo man jetzt... Ja, mach halt auf hier. Wo wir jetzt gerade... Freigemacht haben. Wo geht's hier lang? Wuhuuuuh. Wuhuuuuh. Oh. Guten Tag. Oh. Dann kommen wir da rüber. Müssen wir wohl. Und zack. Was ist los? Jetzt hier mit der Sensor, das schaut schon geil aus, ne? Was, du lebst die auch noch. Gibt's ja nicht. Wuhuuuuh. Wuhuuuuh. Ja, spring halt rüber, da, ne? Artefakt, Soldat! Diese alten Insignien wurden den Legionen der Höhlen als Trophäen für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht. Bringen Sie sie zu Wildcreme, damit er Sie dafür belohnt. Sehr schön. Und du hier auch noch. Mann. Oh, das war knapp. Hu. Lalalalalalalalalala. Guten Tag. Was macht ihr hier? Autsch. Ja, nicht alle auf einmal, ihr Deppen. Ey, was habe ich gerade gesagt? Komm her, ja. Na? Jetzt TOTS! Schöner Arsch! Aber da müsste jetzt dieses Ding da drin sein, ne? Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Komm mal hier raus. Ne, oder? Ist doch nur zum Angucke. Bitte aufmachen. Vielen Dank. So, dann mal los hier. Da wartet auch schon wieder einer von uns. Grüß dich, Herr Kollege. Zack, zack, zack. Boah, boah, boah. Gibt's doch nicht. Wie viel hält denn der aus? Ach, jetzt wissen wir auch, für was dieses Ding da ist, ne? Und wey! Wey! Zack, zack, zack! So, da ist noch nicht down. Aber jetzt! Jetzt können wir da wieder rauf. Und er aufsch pantsen. Huuhuhuhuh... Na was wenn ich da würde! Zack, zack! 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 Tschüss! Du ja auch! Gibt's doch nicht, wieviel hält'n der aus, he? So, und rein in die Klubscher. Geht's denn hier lang? Oh Gott, ich vollidiot, oh Gott, ich hab'n Tick zu spät springen gedrückt. Aber jetzt noch mal. Oh nein, was ist denn das? Ja, ist ja gut, ne, dass die immer alles rumbrillen müssen. Woah. So, Kamea. komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg bist du langsam, Junge jetzt war ich fast zu verschrien, ja nicht mal in meine Richtung gezielt der Penner her weg, ich bin schwach, ja, ich geb dir gleich schwach, komm her, ich geb dir schwach, du blöder Pisser wie sieht es jetzt aus, hm, oh, ah ja, dass ich gar nicht verschwinden kann oh, die Sill nehmen wir natürlich auch mit, vielen Dank und das Schwert, weswegen wir ja hier sind so, und jetzt haben wir los hier oh, die auch nicht wieder reinfallen na, mach auf, ja ah, wo, wo geben wir das Ding jetzt hin ja, wo hier oh, waren wir da schon was denn ach, was wollten wir hier schon wieder wuhuhuhu zack und du hier, komm her was machen wir denn jetzt mit dem Schwert wir müssen jetzt bestimmt auf die andere Seite rüber da können wir nichts machen ne, wir müssen ja da oben rauf damit wir da rüber springen können glaub ich aber irgendwie müssen wir die Tür aufmachen oh, was war das was war das hallo ach, hier vielleicht nein steht, ach, da steht doch genauso so eine Statue, dann ne, ich hab die nicht gesehen für dich, schöne Frau und auf die Tür oh mein Gott nein, nein oh Gott oh Gott oh Gott ja scheint mir so, als würden wir hier gleich Schmerzen anfangen und wir metzeln uns da aber dann in der nächsten Aufnahme durch und ich danke mir fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal Tschüss